Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie von Ross Harris, veröffentlicht auf einem Preprint-Server vor. Es geht um die Bedeutung der Impfung für die Übertragung von SARS-CoV-2 in Privathaushalten in England. In englischen Haushalten, in denen eine Person sich trotz der ersten Dosis von Tocinameran, BNT162b2 oder Vaxferia, ACD1222 mit SARS-CoV-2 infiziert hat, kam es laut einer Studie von Public Health England zu einem deutschen Rückgang der Infektion unter den Mitbewohnern. Die auf dem Server k-hub.net vorveröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass mit den Impfungen eine Herdenimmunität erreicht werden kann. Die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 haben in den klinischen Studien die beste Schutzwirkung gegen schwere und tödlich verlaufende Erkrankungen erzielt. Die Impfstoffwirksamkeit gegen leichtere Erkrankungen war deutlich schwächer. Ob die Testungen auch vor asymptomatischen Infektionen schützen, wurde meist nicht untersucht. Dazu, viele Tests notwendig gewesen wären. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass geimpfte Personen sich infizieren, ohne es zu bemerken und dann zu Hause andere Personen anstecken. Dies könnte die Bekämpfung der Epidemie deutlich erschweren. Die britische Gesundheitsbehörde Pakti Health England hat hierzu jetzt die bisherigen Erfahrungen in England ausgewertet, wo bereits im Dezember mit den Impfungen begonnen wurde. Anfangs wurde nur Torzinamaran eingesetzt, also der Impfstoff der Firma BioNTech-Pfizer. Anfang Januar kam Vax-Cefria hinzu, AstraZeneca. Bis zum 15. Februar wurden bereits 15 Millionen Menschen geimpft. Es wurde untersucht, wie häufig es in Haushalten mit einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion, Indexfall zu weiteren Infektionen kommt und dann Haushalte mit geimpften und nicht geimpften Indexfällen verglichen. Die Kohorte bestand aus 365.447 Haushalten mit einem Indexfall. Darunter waren 4.107 Indexfälle, die vor mehr als 21 Tagen die erste Dosis ihrer Impfung erhalten hatten. Von den 960.765 Mitbewohnern der nicht geimpften Indexfälle erkrankten 96.898, das sind 10,1 Prozent, an Covid-19. In den Haushalten, deren Indexfall die erste Dosis Vax-Cefria erhalten hatte, erkrankten 96.898 von 3.424 Mitbewohnern, das sind 5,72 Prozent. In den Familien mit einem Indexfall nach der ersten Dosis Totzinamaran kam es unter 5.939 Mitbewohnern zu 371 Erkrankungen, das sind 6,25 Prozent. Daraus kann geschlossen werden, dass das Ansteckungsrisiko durch Personen, die trotz der ersten Impfung an Covid-19 erkranken, vermindert ist. In einer Fallkontrollstudie, die nur Kontaktpersonen mit gleichen Risikofaktoren gegenüberstellte, wurde eine Odds-Ratio von 0,62 Konfidenzintervall 0,48 bis 0,79 für das Übertragungsrisiko in der Familie nach der ersten Vax-Cefria-Impfdosis und von 0,51 Konfidenz 0,42 bis 0,62 für das Übertragungsrisiko in der Familie nach der ersten Totzinamaran-Dosis ermittelt. Ergo hat die halbe Impfung das Übertragungsrisiko in der Familie um 38 bis 49 Prozent gesenkt und damit fast halbiert. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie frei verfügbaren Publikationen auf Keyhubnet 2021.